Sarafina Wollny, Hope Angel Sylvia, diese Bedeutung hat der Name von ihrer Tochter. Das Geheimnis ist gelüftet, Sarafina Wollny ist am 23. Juli Mutter einer Tochter geworden. Das neue Wollny-Mitglied trägt den außergewöhnlichen Namen Hope Angel Sylvia und erntet dafür auch Kritik. Nun lüftete sie das Geheimnis hinter dem Namen.Sarafina Wollny, ein Mädchen. Wunderschöne Schwester Hope Angel Sylvia. Peter, 30, und Sarafina Wollny, 28, könnten kaum glücklicher sein. Seit wenigen Tagen sind die beiden dreifache Eltern, denn am 23. Juli erblickte ihr Wunder das Licht der Welt. Knapp zwei Jahre zuvor waren die Zwillinge Amory und Casey, beide zwei, per Notkaiserschnitt zur Welt gekommen, wochenlang bangten die Wollnys um das Leben der beiden Jungen, denen es aber heute Gott sei Dank blendend geht. Vor wenigen Stunden lüfteten Sarafina und Peter Wollny dann auch endlich das Geheimnis um den Babynamen und das Geschlecht, demnach dürfen sich ihre Zwillinge über eine kleine Schwester freuen. Dürfen wir vorstellen, unsere kleine wunderschöne Schwester Hope Angel Sylvia hat am 23. 07.23 um 10.28 mit einem Gewicht von 2700 Gramm und einer Größe von 48 Zentimetern das Licht der Welt erblickt. Wir werden wundervolle Brüder sein, die sie immer beschützen werden und immer für sie da sein. Wir sind so stolz auf unsere kleine Schwester, romantisches Gesicht, und lieben sie über alles. In Liebe, Amory und Casey. User spotten über Namenswahl. Dabei sorgt der Name des Wollny-Nachwuchses im Netz bereits für eine Menge Gesprächsstoff. Obwohl Deutschlands bekannteste Großfamilie für seine außergewöhnliche Namenswahl bekannt ist, können sich viele nicht mit Hope Angel Sylvia anfreunden und üben Kritik an Sarafina Wollny. Bei dem Namen wurde nicht an die Zukunft gedacht, schreibt ein User. Ein anderer spottet, der Name killt mich auf allen Ebenen. Noch einer wird besonders deutlich, aber doch bitte nicht Hope Angel Sylvia. Ein weiterer Kommentar lautet, hammerhart. Und so muss sich das Mädchen mal bewerben. Andere Wollny-Fans finden die Kritik hingegen unter aller Sau, es gibt ein niedliches Babyfoto und manche Kommentare sind einfach zum Kotzen. Seid ihr unzufrieden mit eurem eigenen Leben? Schämt euch, verteidigt ein Fan die frisch gebackenen Dreifach-Eltern. Doch was steckt eigentlich wirklich hinter dem außergewöhnlichen Namen der kleinen Hope Angel Sylvia? Dazu mutmaßt ein Follower, vermutlich, weil sie sich ohne ärztliche Hilfe durchgekämpft hat. Es hieß, wenn ich mich nicht irre, dass eine natürliche Schwangerschaft nur bei einem Prozent liegt. Ein anderer fügt hinzu, das waren die Namen, die sie für die Zwillinge hatten, wären es Mädchen gewesen. Hope und Angel. Und wenig später lüftete Sarah Fina Wollny selbst das Geheimnis um ihre kleine Tochter. Genau so sieht es aus, wenn es Zwillingsmädchen geworden wären, dann wäre es einmal Hope Sylvia Wollny und einmal Angel Sylvia Wollny. Punkt, dass es sich vor allem bei dem dritten Namen um eine rührende Hommage an Sarah Fina's Mama Sylvia Wollny, 58, handelt, ist wohl mehr als eindeutig.